hallo und herzlich willkommen zum neuesten video auf meinem kanal wir machen ganz schnell eine prüfung simulation 30 minuten 30 originale prüfungsfragen vor dem ersten april 2024 und wie man gerade hier oben meiner zeit sehen kann ist mir das programm vorhin leider abgeschmiert deswegen sind wir jetzt mitten in eine prüfung reingeschmissen worden und wir fackeln da gar nicht lang rum sondern beginnen direkt mit der ersten video frage vier fehlerpunkte wir fahren innerorts an eine kreuzung haben immer mal so ein blick im innenspiegel und schauen was dahinter uns so passieren könnte ampel ist aus verkehrszeichen zählen dem fall geht es anscheinend wirklich nur um die ampel ihr müsst aufpassen es gibt noch mal so ein ähnliches video da kommt von hinten der rettungswagen da geht es darum dass wir ein bisschen beiseite fahren müssen um den rettungswagen platz zu machen wie verhalten sie sich jetzt richtig also ampel blinkt gelb das bedeutet einfach dass sie aus ist zeigt uns achtung 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 und in dem fall zählen die verkehrszeichen ich überquere die kreuzung zügig da gelb angezeigt wird ich warte an der haltlinie auf die nächste grün phase ich gewähre möglichem querverkehr die vorfahrt ja also bei hier anhalten und warten bis es grün wird da kannst du lange warten die ampel ist kaputt ausgeschalten dementsprechend warten wir hier einfach ist der querverkehr vorbei gefahren ist und dürfen dann weiterfahren achtung fußgänger müssen in dem fall warten fahrradfahrer dürften allerdings vor uns über die straße fahren ein vorfahrtsregeln des verkehrszeichen ist und die vorfahrt natürlich nur für fahrzeuge und nicht für fußgänger gilt unter welcher notrufnummer erreichen sie in deutschland die polizei und den rettungsdienst das können wir das haben wir im kindergarten schon gelernt polizei 110 und feuerwehr ist in deutschland die 112 verbessert mich wenn ihr es besser wisst aber ich glaube mindestens in europa wenn du eine eine deutsche nummer hast ein deutsches telefon und du willst zum beispiel in italien kroatien die 110 dann wirst du trotzdem automatisch mit der polizei verbunden obwohl die dort andere nummern haben soweit ich weiß zumindest war das früher mal aus einem unmittelbar vor ihnen fahrenden fahrzeug wird ihnen mit der polizeikelle zeichen gegeben was bedeutet dies polizeikelle das ist so ein rundes ding meistens mit einem licht da steht halt polizei oder bitte folgen drauf und ja natürlich zählt das hier nur für uns und das bedeutet dass wir die polizei am besten nicht überholen weil sie sonst denken dass wir abhauen wollen wir müssen in diese richtung abbiegen das ist natürlich vollkommener vollkommener quatsch aber wir müssen dem fahrzeug folgen die wollen nicht höchstwahrscheinlich anhalten eine allgemeine verkehrskontrolle machen waren dreieck verbandskasten profiltiefe ob du genügend scheibenwischwasser im behälter hast das kann da auch alles geprüft werden so noch mal vier fehlerpunkte gibt diese video frage wir sind innerorts unterwegs wollen hier an der kreuzung rechts abbiegen aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich da der rechte fahrstreifen absolut voll ist und in dem fall in der prüfung zum beispiel biegst du in dem fall einfach links ab du bist es auf dem links abbieger streifen hast ein pfeil auf deiner fahrbahn dann ist es halt so ja was du nicht tun solltest du jetzt stehen bleiben den bus hinter uns behindern versuchen nicht rechts rein zu drücken dafür hat der prüfer natürlich auch vollkommenes verständnis und dementsprechend werden wir ich warte bis alle fahrzeuge vorbeigefahren sind und wechsle dann in den rechten fahrstreifen das kannst du dann vielleicht irgendwann mal privat machen wenn du hinter dir keinen aufhalten würdest aber wie gesagt bus und in der prüfung das auf gar keinen fall ich verzichte auf das rechts abbiegen und bleibe in meinem fahrstreifen so machen wir das ja ich lenke deutlich nach rechts und schaffe dadurch eine lücke im rechten fahrstreifen nene also mit gewalt machen wir da gar nichts wir kreuzen hier nur die nummer zwei an wie verhalten sie sich in dieser situation ich schließe unmittelbar zum blauen fahrzeug auf ich warte vor dem fußgängerüberweg bis das blaue fahrzeug abgebogen ist ich lasse den fußgänger die fahrbahn überqueren natürlich lassen wir den fußgänger über den fußgängerüberweg drüber gehen da müssen wir ganz klar warten wir warten aber auch grundsätzlich vor diesen zebrastreifen weil der blaue beim abbiegen vorrang gewähren muss das heißt der radfahrer hier und auch andere fußgänger oder andere radfahrer die von der anderen straßenseite die kreuzung überqueren wollen muss der blaue durchgehend durchfahren lassen da geht keine vorfahrt sondern das nennt man vorrang und vorrang haben in dem fall auch die fußgänger so deswegen kreuzen wir hier an wir schließen auf nein wir warten vor dem fußgängerüberweg und wir lassen den fußgänger über die straße gehen eine person will die fahrbahn auf dem fußgängerüberweg überqueren wie verhalten sie sich das haben wir gerade eben schon gesagt wir bereiten uns auf das anhalten vor heißt normalerweise immer zweiter gang bremsbereit dann kann es ja sein dass der fußgänger das schon erkennt dass wir langsamer werden geht schon über die straße drüber und dann brauchen wir einfach nur noch aufs gas drauf zu drücken oder es dauert ein bisschen länger und da wir bremsbereit fahren also linker fuß vor der kupplung rechter fuß vor der bremse und das im zweiten gang kannst du die pedale einfach rein drücken das auto kommt dann gleich zum stehen ich überhole wartende fahrzeuge natürlich nicht das überholen im bereich von fußgänger überwegen und bahnübergängen ist verboten und deswegen kreuzen auch hier die dritte antwort an ein polizeifahrzeug überholt sie und schert unmittelbar vor ihnen ein auf dem dach erscheint in roter leuchtschrift bitte folgen wie müssen sie sich verhalten wir folgen dem polizeifahrzeug und bleiben natürlich hinter dem stehen wenn er auch anhält also auch hier wollen sie wahrscheinlich eine personenkontrolle allgemeine verkehrskontrolle machen und motor laufen lassen oder ausschalten das ist in dem fall nichts zwingend vorgeschrieben keine ahnung ich mache den motor immer gleich aus wenn die mich anhalten ich weiß was die wollen führerschein fahrzeugpapiere habe ich griffbereit und bevor der beamte am fenster ist drücke ich ihm das schon in die hand und dann ist das ganze eigentlich auch relativ schnell gegessen sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe wodurch können sie den kraftstoffverbrauch ihres fahrzeugs reduzieren das kennen wir auch schon die frage aus dem letzten video manuelle schaltgetriebe ist ein fahrzeug mit kupplung so wie du es höchstwahrscheinlich auch in der fahrschule hast wenn du auf automatik oder auf einem elektro fahrzeug gibt lass mich das mal wissen ich denke mal das sind wahrscheinlich weniger als zehn prozent die das machen werden durch frühzeitiges hochschalten umso höher der gang desto besser die effizienz vom motor das spart natürlich kraftstoff jetzt muss ich ganz kurz noch mal die frage lesen sie fahren ein mann wo durch können wir kraftstoff reduzieren sehr gut also wodurch verbraucht das auto weniger weil manchmal sind die fragen noch umgekehrt gestellt was verbraucht sehr viel kraftstoff und da komme ich persönlich tatsächlich auch des öfteren mal durcheinander so durch eine vorausfahrende durch vorausschauende fahrweise lässt sich sehr viel kraftstoff sparen denn jedes mal unnötig abzubremsen heißt dass wir das auto jedes mal unnötig beschleunigen müssen das kostet sehr viel kraftstoff durchfahren im hohen motordrehzahl bereich umso höher der motor dreht desto mehr leistung hatte und desto mehr verbrauchte auch das wird hier aber nicht gefragt deswegen kreuzen wir das hier nicht an was gilt in dieser situation perfekt eine vorfahrtsfrage abknickende vorfahrtsstraße sehen wir auch hier immer am zusatz zeichen an diesem weißen an dieser weißen tafel mit dem dicken balken nach rechts heißt wir befinden uns auf der vorfahrtsstraße die vorfahrtsstraße geht nach rechts weiter und der grüne befindet sich auch auf der vorfahrtsstraße das heißt beide fahrzeuge haben hier vorfahrt aber da wir die vorfahrtsstraße verlassen wollen wir kreuzen uns also mit dem grünen müssen wir doch vorrang gewähren das heißt in dem fall darf als erstes der grüne fahren und danach wir obwohl wir natürlich auch auf einer vorfahrtsstraße sind besonderheit ist halt hier die abknickende vorfahrtsstraße also der grüne pkw muss warten nein der grüne pkw darf ich muss den grünen pkw zuerst fahren lassen richtig weil wie gesagt in dem fall vorrang ich muss blinken nein wir wollen geradeaus fahren der grüne möchte abbiegen der grüne muss linken ich sag's gern noch mal alle fragen alle 1195 fragen die es aktuell gibt findest du im ersten link in der video beschreibung video kurs von mir ganz genau erklärt gerade noch mit hörbuch da kann man sich auch noch mal die frage und richtigen antworten anhören und wenn du den video kurs gekauft das bekommst du natürlich die neuen fragen die ab dem ersten april gefragt werden können schon ein monat davor als update damit du dich lang genug darauf vorbereiten kannst wie verhalten sie sich hier richtig also auch wieder eine vorfahrtsfrage wir haben ein vorfahrt gewähren wenn wir ein vorfahrt gewähren haben hat der gegenverkehr meistens immer genau das gleiche verkehrszeichen also ich ja auch ein vorfahrt gewähren das heißt wir müssen warten der grüne muss warten und der querverkehr also der der von rechts und links kommt ist auf der vorfahrtstraße und darf als erstes fahren ich lasse den grünen durchfahren ich biege vor dem weißen pkw ab ich biege vor dem grünen pkw ab nein nein der weiße darf als erstes fahren da wir abbiegen wollen müssen wir vorrang gewähren das heißt der grüne fährt als zweites und wir fahren in dem fall als letztes wir lassen den grünen durchfahren ich biege vor dem weißen ab ich biege vor dem grünen ab nein also hier ist nur die nummer eins richtig was müssen sie bei diesem verkehrszeichen beachten blau und rund ein gebotszeichen sagte immer was zu tun ist hier muss der prüfer nichts sagen du musst von dir aus reagieren innerorts würde das bedeuten zweiter gang bremsbereit spiegel kontrollieren blinker links setzen und selbstständig links abbiegen denn das verkehrszeichen sagt dass du links abbiegen musst du darfst nicht geradeaus weiterfahren da will der prüfer dich manchmal so ein bisschen testen er lässt sich auf der kreuzung zu fahren geradeaus ist zwar auch eine straße aber in dem fall darfst du dann nicht reinfahren meistens kommt dann auch noch das rote runde verkehrszeichen wo der sagt verbot für fahrzeuge aller art oder verbote einfahrt aber das würde im prinzip schon ausreichen dass du halt hier abbiegen muss wenn du abbiegen musst musst du natürlich auch blinken und genau wir dürfen hier nur links weiterfahren eins und drei sind hier richtig was müssen sie in dieser verkehrssituation beachten ich darf die fahrstreifen begrenzung nicht überfahren ich darf die fahrstreifen begrenzung zum überholen überfahren ich darf die fahrstreifen begrenzung überfahren wenn es der gegenverkehr zulässt ich sag es noch mal das hier ist die fahrbahn begrenzung und ja genau so und das hier ist die fahrstreifen begrenzung die fahrstreifen begrenzung darf nicht überfahren werden das ist die durchgezogene linie die linie kann aber auch gestrichelt sein das ist dann die leitlinie die darf überfahren werden in dem fall aber nicht das heißt wir dürfen hier nicht den traktor überholen auch wenn du nur mit 30 km h fährt in der prüfung geschenkte zeit für dich aber wenn der traktor aus irgendwelchen gründen da steht parkt eine panne hat aus irgendwelchen gründen dann sagst du dem prüfer am besten du weißt dass du da nicht vorbeifahren darfst aber da der traktor offensichtlich eine panne hat müssen wir jetzt daran vorbeifahren müssen über die linie drüber sonst würde der stundenlang hinter dem traktor stehen sag ihm das ruhig das findet der super und dann weiß auch dass du dich auskennst so wir dürfen die fahrstreifen begrenzung nicht überfahren das ist richtig aber nicht zum überholen und auch nicht wenn es der gegenverkehr zulässt hier ist dann nur die antwort 1 die richtige was gilt bei diesem verkehrs zeichen sieht fast ein bisschen so ähnlich aus wie das was wir gerade eben hatten blau und rund wie gesagt gebotszeichen sagt immer was zu tun ist allerdings war ja das hier im 90 grad winkel hat uns gesagt dass wir links abbiegen müssen wenn der pfeil aber nach unten rechts oder links zeigt heißt es dass wir an diesem hindernis also steht meistens an einer verkehrsinsel an irgendeinem hindernis auf der straße dass wir hier links oder rechts dran vorbeifahren müssen so wir müssen am hindernis links vorbeifahren das ist richtig ich darf vor diesem verkehrs zeichen nicht nach rechts abbiegen das stimmt nicht das wäre wie gesagt dass im 90 grad winkel zum beispiel nach links das sagt dass du links abbiegen muss und dementsprechend schließt es auch aus dass du rechts oder geradeaus fahren darfst aber das sagte das hier nicht okay das ist ein ganz großer unterschied ob das so aussieht oder mit dem pfeil nach unten hier dürfen wir davor abbiegen und ich bin verpflichtet nach links ab zu biegen wie gesagt das ist auch das was wir gerade eben hatten mit dem 90 grad winkel welche fahrzeuge dürfen diese straße benutzen also das ist genau das verkehrs zeichen von dem ich gerade eben gesprochen habe verbot für fahrzeuge aller art das heißt es darf nichts reinfahren was sich irgendwie auf rädern fort bewegt was ein fahrzeug ist das heißt fahrräder dürfen nicht reinfahren autos dürfen nicht reinfahren motorräder dürfen nicht reinfahren lkws dürfen nicht reinfahren pferdekutschen dürfen nicht reinfahren alle fahrzeuge dürfen da nicht reinfahren es gibt eine ausnahme oder zwei ausnahmen und zwar motorräder und fahrräder wenn sie durch geschoben werden ansonsten verbot fahrzeuge aller art also keine kraftfahrzeuge keine elektrofahrzeuge welche fahrzeuge dürfen diese straße benutzen jetzt wäre ich fast wieder selber drauf reingefallen es dürfen fahrräder und motorräder also krafträder durch geschoben werden motor aus und mit der hand durchschieben was führt häufig zu schweren unfällen eine mangelhafte beobachtung des verkehrs ein fahren mit zu geringem abstand eine unangepasste geschwindigkeit alles und ich würde sogar sagen in dieser reihenfolge unangepasste geschwindigkeit zu wenig abstand mangelnde verkehrs beobachtung das sind das sind auf jeden fall so die drei die drei top gründe die zu den meisten unfällen führen aber nummer eins auf jeden fall unangepasste geschwindigkeit ich sehe schon wir müssen uns gerade ein bisschen beeilen wodurch lässt sich die fahrtüchtigkeit nach übermäßigem alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen machen wir es kurz und knapp durch gar nichts durch gar nichts also alkohol getrunken lass das auto motorrad stehen fahrrad unter umständen auch wenn es zu viel war ja und probezeit und bist du 21 bist sowieso 0,0 promille grenze also gar kein alkohol wenn du fahren möchtest warum ist man nach dem konsum der droge crystal meth fahruntauglich gute frage wer es weiß schreibt es bitte in kommentare davon habe ich keine ahnung aber wir vermuten einfach mal weil plötzliche erschöpfungserscheinungen auftreten können weil wahnvorstellungen auftreten können weil die eigene leistungsfähigkeit unterschätzt werden kann da gehen wir natürlich immer vom schlimmsten aus also hier 1 2 und 3 video frage 5 fehlerpunkte au die frage kennen wir auch zu genüge der radfahrer ist natürlich hier sehr verlockend zu überholen aber auch gerade in der prüfung überlegt ihr muss das überhaupt sein straße ist eng man sieht wenig da parkt ein blaues fahrzeug aus und hier gilt natürlich die devise wenn wir den fahrer vom blauen auto nicht sehen können dann kann er uns wahrscheinlich auch nicht sehen oder den radfahrer das heißt wir müssen davon ausgehen dass der jetzt einfach so raus zieht und wir sollten auf jeden fall den überholvorgang abbrechen genau also da kreuzen wir nur die 1 an was sollten sie bei elektrofahrrädern ebikes im straßenverkehr beachten ebikes können in der geschwindigkeit leicht unterschätzt werden ebikes können im aussehen schwer von herkömmlichen fahrrädern unterschieden werden ebikes können leicht am motorgeräusch erkannt werden ebikes sehen halt aus wie normale fahrräder vielleicht ein bisschen dickere rahmen irgendwo die batterie oder so aber grundsätzlich gibt es auch ebikes die schneller fahren als ich glaube 20 kmh die können unterstützen bis 20 kmh danach musst du selber strampeln es gibt aber auch welche die 45 kmh schnell fahren dafür brauchst du allerdings einen führerschein würde aber auch der klasse b ausreichen versicherungskennzeichen hinten drauf also das teil muss versichert sein und dann darf das teil sogar 45 fahren aussehen schwer zu unterscheiden von normalen fahrrädern klar erster blick erkennt man es nicht motorgeräusch eigentlich kaum vorhanden also hier eins und die zwei wie sollten sie sich jetzt verhalten geht um die kinder wahrscheinlich radfahrer ja auch wieder verlockend aber da haben wir ja auch noch mal den den wohnwagen wir sehen nicht was dahinter ist es könnte eine kreuzung sein rechts vor links zum beispiel ich bremse auf schrittgeschwindigkeit ab ich bleibe bremsbereit ich überhole den radfahrer ja dann immer einfach die muster antwort die wir von den kinder fragen immer kennen auf schrittgeschwindigkeit abbremsen bremsbereit bleiben fünf fehlerpunkte gespart woran erkennt man einen guten fahrzeugführer ein guter fahrzeugführer geht nicht auf die provokationen im straßenverkehr ein ein guter fahrzeugführer weist andere verkehrsteilnehmer stets auf ihre fahrfehler hin ein guter fahrzeugführer zeichnet sich durch eine ruhige und gelassene fahrweise aus ganz klar ruhig und gelassen vorausschauend fahren ahnen was die anderen schon so verblödsinn produzieren könnten geht nicht auf provokationen ein eins und drei ganz klar sie befahren eine schmale allee was müssen sie beachten ich muss innerhalb der halben von mir übersehbaren strecke anhalten können ich muss bei gegenverkehr gegebenenfalls anhalten ich muss mit unebenheiten am fahrbahnrand durch baumwurzeln rechnen also achtung ganz ganz wichtig eine allee ist eine straße da sind rechts und links bäume gepflanzt die bäume haben natürlich wurzeln bohren sich mit der zeit unter der straße durch die straße geht kaputt die straße wird wellig da können äste runterfallen gegenverkehr könnte ausweichen blätter fallen auf die straße gerade im winter bei niedrigen temperaturen ist eine allee besonders gefährlich weil die sonne durch die bäume schlechter durchkommt das heißt die straße wird eventuell kälter sein als andere streckenabschnitte es ist mit rutschgefahr zu rechnen es ist mit unebener fahrbahn zu rechnen und hier ist die frage einer schmalen straße das heißt die straße ist so eng das unter umständen wenn ein großes fahrzeug wie ein lkw traktor mit anhänger oder sowas vorbeikommt einer von beiden stehen bleiben muss oder vielleicht auch beide und kurz ja sehr sehr langsam aneinander vorbeifahren müssen und wenn die frage einer schmalen straße ist es gibt nämlich auch die gleiche frage von einer breiten gut ausgebauten straße also achtung hohe verwechslungsgefahr wenn die straße schmal ist müssen beide fahrzeuge innerhalb der sichtweite noch anhalten können das heißt wenn du 50 meter sichtweite hast solltest du innerhalb 25 meter noch stehen bleiben können damit ihr euch nicht trifft und deswegen ist hier die 1 und die 2 und die 3 natürlich auch richtig wenn du die andere frage bekommst von einer gut ausgebauten strecke dann reicht es im bereich der sichtweite schmale straße hälfte der sichtweite gut ausgebaute straße ganze sichtweite solche und ähnliche fragen wo halt die verwechslungsgefahr auch sehr sehr hoch ist da weise ich im videokurs nochmal ganz besonders drauf hin weil hier einfach vier fehlerpunkte für so ja also kann man schon mal sehr sehr schnell übersehen wie verhalten sie sich richtig wenn sie bei einer nächtlichen fahrt ermüdungserscheinungen spüren ich unterbreche die fahrt für eine ausreichende pause ich verzichte auf eine unterbrechung und kämpfe gegen die müdigkeit an ja steckte so streichhölzer in die augenlieder rein ich lasse nach möglichkeit einen mitfahrer fahren ja also kurze pause ganz klar powernap zum beispiel da musst du nur aufpassen dass du die sogenannte tiefschlafphase nicht erreichst lkw fahrer haben da einen trick für den eben hier in den schlüsselbund hängen sich um den finger und wenn du in diese tiefschlafphase gerätst dann werden ja die die finger schlaff deine körpergliedmaßen und dann fällt der schlüssel zu boden es gibt ein geräusch der trucker wacht auf und ist dann relativ fit also ein powernap oder du lässt natürlich jemand anderen fahren der auch einen führerschein hat das wäre natürlich eine alternativ auch in ordnung so acht minuten jetzt aber flott wobei kann sie eine geschwindigkeitsregelanlage tempomat unterstützen okay achtung hier auch wieder verwechslungsgefahr das ist der normale tempomat nicht der der auch den abstand halten kann sondern nur der da wo du die geschwindigkeit fährst drückst den rein und der hält einfach die geschwindigkeit die du fährst beim einhalten des mindestabstands zum vorausfahrenden fahrzeug das könnte der andere der auch diesen abstand also acc nennt man das adaptive cruise control und das kann dieser normale tempomat nicht beim einhalten einer gleichbleibenden geschwindigkeit genau musst allerdings bedenken wenn da vorne die kurve kommt die nur 50 verträgt und du hast da 80 eingestellt dann wird das ding natürlich auch nicht langsamer bei einer energiesparenden fahrweise auch das gleichbleibende geschwindigkeit bessere energieeffizienz okay was haben wir da landstraße 70 ist erlaubt überholverbot den vorfahrtstraße okay ja okay also bis jetzt noch keine große gefahr erkennbar der blaue lkw biegt vor uns ab mussten jetzt glaube ich nicht stark abbremsen dahinter ist noch ein blauer pkw jetzt schauen wir mal was die frage ist womit sollten sie in dieser situation rechnen der blaue lkw wendet der traktor befährt die straße der fahrer des grünen fahrzeugs übersieht mich grün entschuldigung habe ich blau gesagt grün also hinter dem blauen lkw ist noch ein grüner und ich denke das ist die größere gefahr der grüne möchte abbiegen ist auf der links abbieger spur wir haben ja vorrang vor dem links abbieger also dürften hier eigentlich als erstes fahren die gefahr ist wahrscheinlich eher größer dass der grüne uns übersieht traktor ist gut und der blaue lkw sieht es auch nicht so aus als ob der da wenden wollen würde kreuzen ja nur die drei an sie benutzen auf ihrer fahrt die adaptive geschwindigkeitsregel anlage agr ihres fahrzeugs womit müssen sie bei dieser witterung rechnen das ist der tempomat und da hier adaptiv steht bedeutet dass das er auch den abstand zum vordermann einhalten kann das ist das was ich gerade erklärt habe bei dem anderen tempomaten also dieser ist ein ticken besser der adaptive weil er halt noch sensoren hat die den abstand regulieren können ich muss die geschwindigkeit und den abstand selbst regulieren die agr kann in ihrer funktion beeinträchtigt sein die agr hält das fahrzeug an also wie gesagt geschwindigkeit und abstand kann dieser tempomat selbst regulieren das agr kann aber auch beeinträchtigt werden gerade wenn schnee auf den sensoren drauf liegt oder wenn die reifen zum beispiel durchdrehen dann wird das aus sicherheitsgründen auch deaktiviert kann ja auf schnee schnell mal passieren aber das fahrzeug wird wahrscheinlich gerade bei einem manuellen schaltgetriebe nicht bis zum stillstand abgebremst werden also da musst du natürlich immer noch selbst acht geben so drei minuten vier fragen wir sind sehr sehr spät dran müssen sie auf diesem parkplatz rechnen okay es ist eng lkws parken hier regen verlängerter bremsweg wir machen es ein bisschen schneller mit falsch parkenden lkws auf jeden fall mit personen die auf die mit personen auf der fahrbahn die machen natürlich pause wollen sich bewegen türen springen auf auf jeden fall mit ausparkenden fahrzeugen 1 2 und 3 kreuzen wir hier auf jeden fall an wie müssen sie sich verhalten wenn nach dem motor start die öldruck kontroll leuchte nicht erlischt das ist sehr sehr schlecht du kannst einen kleinen kurzen gasstoß geben meistens liegt es dann daran dass noch nicht genügend öldruck vorhanden ist wenn der motor bisschen drehzahl hat dann pumpt die ölpumpe bisschen besser und dann sollte es ausgehen wenn nicht nicht weiter fahren das ist sehr sehr gefährlich der motor kann davon kaputt gehen ich kontrolliere den motor ölstand das solltest du auf jeden fall tun ich stelle den motor umgehend ab ja wenn er läuft du hast kein öl wie gesagt geht kaputt ich fahre bis zum nächsten ölwechsel weiter viel spaß also eins und zwei kreuzen wir an alles andere ist quatsch zwei minuten zwei fragen wir machen direkt weiter sie haben ein drei jahre alten pkw gekauft und möchten diesen privat nutzen die hauptuntersuchung ist neu welche frist gilt für die nächste hauptuntersuchung kaufst du dir ein neues auto musst es das erste mal nach drei jahren zum tüv wenn die drei jahre rum sind so wie in dem fall dann musst du alle zwei jahre beziehungsweise alle 24 monate zum tüv steht hinten auch auf der plakette drauf oder im stempel in der fahrzeugbescheinigung teil 1 habe ich im letzten video noch ein bisschen genauer erklärt in welcher situation wird die eigene geschwindigkeit häufig unterschätzt bei breiten und gut ausgebauten straßen bei schmalen straßen mit unebener fahrbahnoberfläche nach längerer fahrt mit höherer geschwindigkeit ja das ist eigentlich das größte problem fährst du stundenlang auf der autobahn hohe geschwindigkeiten 150 200 auf einmal möchtest du von der autobahn runterfahren bremst runter da vorne kommt die kurve dein körper hat sich an die hohen geschwindigkeiten gewohnt und dementsprechend kann es sein dass dann auf dem tacho noch irgendwie 100 steht oder sowas obwohl die kurve da vorne nur 60 verträgt also da auch mal ruhig einen kurzen blick auf den tacho riskieren schmale straße unebene fahrbahn der da fährt man meistens eher nicht so schnell aber auf breiten gut ausgebauten straßen die laden natürlich ein zum gas geben wenn du dich an deine ersten fahrstunden erinnerst ersten zwei fahrstunden wahrscheinlich 30er zone verkehrs beruhigter bereich oder sowas links und rechts parken autos du tuckerst da mit 20 km h und es kommt dir halt vor wie 50 60 oder so das liegt einfach daran dass es erstmal nicht gewohnt bist und dass die straßen innerorts meistens relativ eng sind wir haben es geschafft wir haben alle fragen durch beantwortet jetzt ist die zeit für dich das video mit einem daumen nach oben zu unterstützen und den kanal zu kostenlos zu abonnieren damit du keine weiteren videos verpasst natürlich auch die die dann im april kommen so dann geben den bogen hier ab und schauen ob wir die prüfung heute endlich mal wieder mit null fehler punkten bestanden haben das haben wir geschafft obwohl es auf die letzte minute ging ich hoffe das video weiter geholfen und dann sehen wir uns im nächsten video auch schon wieder bis dann ciao ciao